Ich lasse mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist passiert? Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann es nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt ist Berger, der Rund, Kedira, 2 zu 1, Thüringen. Und jetzt, jetzt ist er die Rund, der VfB ist Deutscher Meister. Alles oder nix, das komplette Fleisch ist aus dem Grill, aus dem Grill in die Ecke kommen. Und er ist nicht! Und er ist nicht! Ja, herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Hallo Sebastian. Schönen guten Abend Ricky. Okay. So, Sebastian, letzte Woche gab es keine Aufnahme, denn unser Gast, den wir eigentlich eingeplant hatten, musste kurzfristig absagen. Können wir eigentlich inzwischen erzählen, wer unser Gast gewesen wäre oder macht man das nicht? Ich glaube, wir können das fast machen, oder? Ja, ist ja nicht so schlimm. Also Alexander Werle wäre eigentlich am Start gewesen. Und bevor jetzt irgendwelche Verschwörungstheoretiker um die Ecke kommen und sagen, da wollte der Werle, wollte jetzt praktisch sich den Fans anbiedern und im Podcast sozusagen seine Fehler, die er begangen hat, wieder gut machen. Ganz so ist es nicht. Den Termin haben wir schon im Frühsommer vereinbart. War auch ehrlich gesagt angedacht für Juli. Dann musste er da schon absagen. Wir haben es auf September geschoben und da kam halt eben jetzt eine Krippe dazwischen. Und ja, das sollte es eigentlich geben am vergangenen Dienstag. Dazu kam es leider nicht. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das alles so erzählen soll, wie ich genau einsteigen soll. Ich habe eigentlich genau vor diesem Moment schon lange höchsten Respekt, wenn nicht sogar Angst. Und zwar soll das heute die letzte STR-Folge sein. Und das geht mir wirklich nicht leicht von den Lippen, aber es ist so. Ich habe seit einigen Monaten schon das Problem, dass ich, was STR angeht, einfach nicht mehr das abrufen kann, was ich früher abgerufen habe. Und ich auch nicht mehr das verspüre, was ich früher verspürt habe. Und ich habe mir lange dazu Gedanken gemacht, also wirklich schon seit April. Ich kann auch gleich noch den Auslöser nennen, aber das möchte ich erst mal ganz kurz noch vervollständigen. Also seit April habe ich mir dazu Gedanken gemacht, habe versucht, Dinge zu ändern, habe versucht, Prozesse zu verbessern. Habe das dann auch einfach mal ausgehalten, dass es nicht mehr so kickt, wie es mal gekickt hat, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder losgeht. Aber es ist nicht der Fall, leider Gottes. Und dazu kommt dann auch noch, dass ich, wenn ich mir jetzt so anschaue, wie mein aktuelles Leben aussieht, zugeben muss, dass STR eigentlich all das aufgefressen hat, was früher einfach so ein normales Leben ausgemacht hat. Also das heißt, Freunde, Familie, andere Hobbys, wobei das mir jetzt gar nicht so wichtig ist, aber Freunde, Familie sind mir sehr wichtig. Dann kommt auch dazu, dass ich mich selbst so ein Stück weit vernachlässigt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe diesen Podcast begonnen mit 85 Kilo, bin sechs Mal die Woche ins Fitnessstudio gegangen, dazu noch zweimal in den berühmt-berüchtigten Grapplingkeller. All das mache ich natürlich jetzt nicht mehr und über mein Gewicht möchte ich auch nicht weitersprechen. Also da hat durchaus dann, ich sage mal, mein Körper auch Schaden genommen. Das führte dann auch dazu, dass ich zum ersten Mal die Diagnose des Bluthochdrucks bekommen habe. In diesem Sommer ist alles nicht besonders dramatisch, also keine Sorge, lässt sich alles regeln. Aber es war halt eindeutig ein Zeichen für mich auch nochmal darüber nachzudenken, ob ich so, wie ich es bislang gemacht habe, wirklich weitermachen sollte. Dazu kommt, das sage ich jetzt auch mal offen raus, dass mich STR auch psychisch ein Stück weit belastet. Sebastian musste sich das mehrfach nach Folgen anhören. Jetzt müsst ihr es euch anhören. Und zwar geht es darum, dass ich wirklich ein Problem habe, dass ich irgendwie nie zufrieden bin. Also es ist wirklich eine Belastung für mich, diese Folgen aufzunehmen und danach kurz zu rekapitulieren, wie die Folge lief, weil mich das wirklich immer innerlich in so einen Tal der Tränen gestürzt hat. Und auch das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass man sich selber gar keine Auszeit mehr gegönnt hat, sondern dass alles nur noch STR gewidmet war. Und ich glaube, was mir früher gut getan hat, war tatsächlich der Sport. Also es war jetzt auch nicht so, dass ich von sechsmal die Woche auf null gegangen bin, sondern das wurde natürlich sukzessive reduziert. Aber einfach, dass man mal rausgeht, laufen oder Fahrrad fahren oder sich regelmäßig mit anderen Leuten über andere Themen auseinandersetzt oder austauscht als den VfB Stuttgart. Ich glaube, das hilft dann einfach, um den Kopf frei zu bekommen und auch mal wieder klar zu werden, um was es eigentlich so geht. Ich habe bestimmt jetzt ganz viele Sachen vergessen, weil ich habe mir nichts notiert oder so. Vielleicht kommen wir auch noch auf andere Themen zu sprechen. Aber das sind jetzt so mal mit die Hauptgründe, die dazu geführt haben, dass ich im Laufe des Sommers, muss ich sagen, immer weniger Lust verspürt habe, STR zu machen. Und es trotzdem versucht habe, bestmöglich über die Bühne zu bringen. Und das liegt zum einen natürlich an euch Zuhörer und Zuhörerinnen. Also die Rückmeldung, die wir von euch bekommen haben, die war natürlich immer positiv. Es hat trotzdem nicht gereicht, um mich zufriedenzustellen aus irgendwelchen Gründen. Eure, ja, auch finanzielle Unterstützung, eure Retweets, Likes, was auch immer, das ist einfach unbezahlbar. Das ist einfach wunderschön gewesen, diese Zeit praktisch mit euch. Und das war es mir dann auch wert, erst mal zu kämpfen und sich da irgendwie so durchzugraben durch so ein, ich sage mal, Podcast-Tief. Aber es ist mir nicht gelungen. Also ich bin dann am Ende doch gescheitert, muss man sagen. Und ja, auch unseren Gästen bin ich einfach nur dankbar, dass sie sich Zeit genommen haben für uns. Auch das war ein Grund, einfach weiterzumachen, weil es für mich halt eine absolute Ehre ist. Also ich finde gar kein Adjektiv, das ausreicht. Es ist einfach unglaublich für mich, dass sich Menschen wie Sven Müssent hat, die Jungs vom Kommando, auch das Fanprojekt, auch andere, Eva, Lotta, Bohle, wen auch immer. Ich vergesse ganz, ganz viele, ich weiß das, dass die sich für meinen kleinen Podcast, der es am Anfang war, jetzt Zeit nehmen. Ja, und da bin ich gleich bei dem Mann, der eigentlich am wichtigsten ist bei diesem kleinen Podcast, nämlich der Sebastian. Denn den möchte ich auch nicht auslassen. Ich bin auch einfach nur stolz und glücklich und fühle mich geehrt, dass du dir, Sebastian, so viel Zeit genommen hast für dieses Projekt. Weil nicht nur ich habe mir mit diesem Podcast Stunden um die Ohren geschlagen, sondern du dir ja auch. Und du hast das immer so gemacht, als würdest du dir gar nichts ausmachen, als wärst du praktisch dein Baby und du ziehst es einfach voll durch und du warst immer voll dabei. Und ich bin dir da einfach nur wahnsinnig dankbar für. Und mir tut es total leid, ich weiß, dass du das jetzt nicht so aufhast wahrscheinlich, weil du da viel lockerer mit umgehst. Aber mir tut es halt total leid, dass ich dir dann irgendwann eine WhatsApp schreibe und sage, ich kann das so nicht mehr, ich schaffe das so nicht mehr. Aber ja, also ich schließe jetzt hier mal kurz mein Eingangsstatement und muss mal kurz durchschnaufen. Ja, das darfst du gerne machen. Nee, und ich habe dir ja gesagt, ich trage die Entscheidung mit. Du hast sie für dich getroffen. Ich finde die Entscheidung dann auch richtig und wichtig, denn es muss halt Spaß machen. Und dass du vielleicht einen übertriebenen Hang zum Perfektionismus hast, das weiß ich, das wissen alle, die uns gehört und gesehen haben. Aber darum geht es, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Es muss halt Spaß machen. Und das Projekt hat dann einfach eine gewisse Größe erreicht. Und wenn man dann so viel investiert und dann aber irgendwie nicht mehr den Spaß dabei hat, den man am Anfang hatte und dann, ich sage jetzt mal, den Luxus hat, zu sagen, ich will das nicht mehr, weil ich lebe davon halt auch nicht. Das ist nicht mein täglicher Job, den ich machen muss, um meine Familie zu ernähren. Das haben wir immer gesagt, die Freiheit wollen wir haben, dann zu sagen, wir machen das halt nicht mehr. Und jetzt ist dann halt für dich der Punkt gekommen und du hast STR damals ins Leben gerufen. Und ich bin dann dazugekommen und ich bin halt total glücklich, dass das dann damals geklappt hat, weil das war ja dann schon ein wilder Ritt angefangen als Podcast zu zweit über Studio Link mit Knacksern in der Leitung, dann bis hin zu Fanradio, bis hin dann zu einem YouTube-Livestream. Ich habe mir das ja auch dann nie träumen lassen, dass ich dann mal irgendwie irgendwo sitze und dann drei Stunden lang einen YouTube-Livestream mache, wo dann irgendwie knapp 1000 Leute zugucken. Also völlig irre eigentlich. Es war ja ein wilder Ritt und ich bin total dankbar über die Zeit und ich bin nun mal relativ emotionslos bei vielen Sachen und insofern bin ich jetzt auch nicht in Tränen ausgebrochen, als du mir das gesagt hast. Ich nehme das einfach so hin, wie es ist und habe die Zeit halt wirklich sehr genossen und habe dir auch dann sofort gesagt, dass ich dann deine Entscheidung auf jeden Fall zu 100 Prozent mittrage. Ja, erstmal danke dafür. Also ich möchte vielleicht noch ein bisschen erklären, wie es dazu kommen konnte. Ich habe ja vorhin schon den April angesprochen, da gab es die letzte richtig große Fanradio-Ausgabe, wenn man das so sagen kann. Das war das Spiel gegen Hertha und da gab es ja so einen gewissen Ausraster, der es dann, ich sage mal jetzt auch in diversen Online-Medien, der da Anklang fand, sage ich jetzt mal. Und das war für mich ein ganz, ganz merkwürdiger Moment, weil du oder ich habe mir halt wirklich immer wieder den Arsch aufgerissen, um eine gute Sendung zu machen und man hofft natürlich dann schon, dass wenn mal irgendwie außerhalb der VfB-Bubble was auffällt von SDR, dass es dann nicht dieser, ich sage mal, ja, schwierig zuhörende Ausraster von mir ist. Ich weiß, dass ganz viele mir auch gesagt haben, Mensch, du sprichst uns da komplett aus der Seele und was weiß ich. Aber ja, ich war damit nicht besonders zufrieden, habe das nicht besonders gut gefunden, habe damit auch Leuten natürlich in die Karten gespielt, die, ich sage mal, jetzt das nicht so geil finden, was wir hier so machen. Und das, das hat mich wahnsinnig gestört. Und da habe ich eigentlich zum ersten Mal darüber nachgedacht, ob das so sinnvoll ist, also vor so einem großen Publikum zu senden, ob ich das überhaupt kann. Weil ich glaube, das muss man auch ein Stück weit lernen und auch schon sich dem bewusst sein, dass man halt von tausend Leuten dann in dem Moment live gesehen wird. Also das jetzt im Nachhinein sozusagen, da komme ich mir irgendwie komisch dabei vor, weil ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, ja. Aber klar, wenn dann dieses Feedback kommt, so wie es halt eben kam und alle auf einmal darüber lachen, wie der eine sich da komplett über Davy Selke aufregt, ja, dann weiß ich nicht. Dann denkt man sich halt schon, okay, hättest du das nicht wieder anders lösen können? Gibt wahrscheinlich andere Möglichkeiten, ja. Und was ich, was ich halt auch noch sagen kann und was auch noch diese Entscheidung mit bekräftigt hat, ist die Entwicklung auf Twitter. Muss ich ganz klar so sagen, weil Twitter war früher für mich ein ganz wichtiger Bestandteil dieser, dieser Podcast-Folgen. Und zwar deshalb, weil mir es besonders wichtig war, wirklich Themen, über die wir sprechen, also gerade wenn es Vereinspolitik angeht oder so, dass wir wirklich eine möglichst breite Sicht auf diese ganze Sache bekommen. Also natürlich habe ich meine Meinung, Sebastian hat seine Meinung, aber ich möchte verstehen, warum andere eben anders denken oder andere Meinungen haben. Und da hat mir Twitter halt geholfen, ja, bin ich halt dann wirklich oft die Threads so durchgegangen, habe mir das durchgelesen, was andere sagen, was Leute dann darauf kommentiert haben und so. Und ich habe das wirklich genossen, muss ich sagen, weil zumindest mal so bis 2020, bis 2021 war Twitter, zumindest in der VfB-Bubble, es war schon ein scharfer Ton, keine Frage, aber man hat schon noch gemerkt, dass alle irgendwie so ein Hobby eint, nämlich der VfB Stuttgart. Und das ist in den letzten Jahren, für mich eigentlich in den letzten sechs, sieben Monaten, vielleicht acht Monaten komplett abhandengekommen. Es ist eine für mich toxische Plattform gewesen, kann auch sein, dass sich meine Sichtweise verändert hat und dass es schon immer so war und mir jetzt erst aufgefallen ist. Aber für mich persönlich ist es wirklich eine toxische Plattform geworden mit üblen Anschuldigungen von allen Seiten in alle Richtungen. Es gibt dann so ein paar, die versuchen das dann noch so süffisant irgendwie wegzulachen, andere nehmen es halt einfach wirklich nur noch mit Humor und machen sich darüber lustig. Aber das ist halt einfach nicht mehr diese Plattform, die ich früher abgefeiert habe, die ich toll fand, mit denen ich, oder die Plattform, die ich genutzt habe, um mit anderen Leuten zu interagieren. Das ist alles weg. Aber es war halt wirklich wichtig, finde ich, für die Sendung, wenn wir dann harte Themen angepackt haben, einfach vorher so ein paar Meinungen uns eingeholt haben, das mit einfließen zu lassen. Und das gelingt mir jetzt nicht mehr, weil es mir überhaupt keinen Spaß mehr macht, auf Twitter irgendwas nachzulesen. Also das kommt auch noch mit dazu, dass sich da eine Menge verändert hat. Familiär kann ich vielleicht auch noch sagen, ist es jetzt nicht so, dass meine Familie direkt ein Problem hat mit dieser Sendung. Aber auch da gab es ein Ereignis jetzt in diesem Sommer, das mich noch mehr bekräftigt hat in diesem Entschluss, den ich jetzt getroffen habe. Und zwar war das meine Tochter, die einfach mal so sagte während dem Urlaub, Mensch, heute ist es wie früher. Und alle lachen so drüber, aber jeder wusste, was gemeint war. Also, dass ich halt praktisch einfach Zeit habe und jetzt nicht sagen muss, ah, ich muss noch ein Video fertig machen oder ein Thumbnail basteln oder einfach die Sendung vorbereiten. Und ja, das war auch nochmal so ein Moment, wo man halt einfach mal ganz kurz sich überlegt, okay, wenn das dein Kind zu dir sagt, vielleicht hast du das Rad ein Stück weit überdreht. Vielleicht müssen wir da wirklich dran arbeiten, dass man nicht mehr ganz so viel Zeit investiert. Und das habe ich dann auch versucht, die erste Ausgabe, Sebastian, du wirst dich erinnern, diese Q&A-Ausgabe, habe ich genutzt, um mein neues Sendekonzept auszuprobieren. Das da lautete, bereite dich nicht mehr ganz so intensiv auf alle Themen vor. Es reicht, wenn du grob weißt, um was es aktuell beim VfB geht. Also mit grob meine ich, man liest halt die Zeitungsartikel und macht sich ein paar Gedanken und quatscht dann drüber. Und diese Ausgabe fand ich fürchterlich, schon während der Aufnahme und auch als ich danach drüber nachgedacht habe. Aber ich habe es auch an den Reaktionen gemerkt, dass viele sehr unzufrieden waren mit dieser Ausgabe und auch gesagt haben, Mensch, also das war jetzt nicht das STR, so wie wir uns das vorstellen oder beziehungsweise wie wir es sonst gewohnt sind. Und dann wusste ich, okay, das geht nicht. Also es funktioniert einfach nicht, diesen Podcast so halbherzig zu machen oder nicht mit diesem Einsatz weiterzuführen, den ich davor an den Tag gelegt habe. Und dann galt es halt für mich wirklich eine Entscheidung zu treffen. Ziehst du das komplett durch und schaffst das sozusagen, Woche für Woche diese mindestens zwei Sendungen so vorzubereiten, dass das Niveau gehalten werden kann oder nicht. Weil ich wollte einfach keine, weiß ich nicht, Barmer Ersatzkassen STR-Folge machen. Es sollte wirklich einfach das STR bleiben, das es war. Weil auch ich mich ja ein Stück weit kenne logischerweise. Und ich kann mir das zwar vornehmen, dass ich weniger mache, aber es wird nicht funktionieren. Ich werde immer wieder zurückfallen in diese Muster, die ich mir jetzt angeeignet habe, gerade in der vergangenen Saison, was Analyse angeht. Das werde ich nie wieder rauskriegen, da bin ich mir relativ sicher. Genau, denn darüber hatten wir auch diskutiert, ob es eine Option ist zu sagen, man macht eine Art von STR-Leid. Aber da war dann dir und uns dann auch relativ schnell klar, das wird vielleicht ein paar Folgen so funktionieren. Aber dann wird der Aufwand dann wieder, vor allem von deiner Seite, wieder angezogen werden, weil du halt selbst dann nicht zufrieden wärst mit dieser Leitvariante. Und dann wird es früher oder später wieder das STR werden, mit dem du dann zufrieden bist, aber für das du dann zu viel investieren musst. Und insofern ist dann halt dieser konsequente Schritt dann der einzig mögliche. Ich habe zusammen mit meiner Frau besprochen, ob das eine Möglichkeit wäre, zum Beispiel zweiwöchentlich zu senden oder dergleichen. Und wie du es schon gesagt hast, das klappt vielleicht, vielleicht klappt es sogar ein halbes Jahr. Aber es wird nicht auf Dauer gut gehen. Es wird irgendwann wieder so werden, wie es jetzt ist. Und da bin ich wieder bei dem Thema, dass ich auch so ein Stück weit mehr an mich denken möchte. Also nicht, dass ich jetzt, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie jemanden dazu ermutigen, mir zu schreiben, dass das doch völlig okay ist, wenn ich an mich denke oder so, sondern das passiert automatisch. Also ich mache das jetzt nicht gezielt für die Hörer, sondern es passiert einfach automatisch. Wenn ich hier so einen Podcast aufnehme, möchte ich einfach, dass das der bestmögliche Podcast ist, den man machen kann zu diesem Thema VfB Stuttgart. Das heißt, ich kann mir das zehnmal vornehmen. Es wird einfach nicht funktionieren. Ich bin dazu nicht in der Lage. Deswegen gab es auch noch die Überlegung, wie kann man STR, ich sag mal, noch professioneller machen, so dass man vielleicht irgendwie doch davon leben kann oder zumindest teilweise davon leben kann, dass man das irgendwie gesplittet bekommt mit dem anderen Job. Aber ganz ehrlich, wenn man sich das mal so durchrechnet, auch was man so verdienen müsste, durch Werbung, durch YouTube, Monetarisierung und so, da weiß ich gar nicht, ob das so mein Ding ist. Weil wir haben jetzt kurz bevor die letzte Folge veröffentlicht wurde, haben wir auch ein Werbedeal abgeschlossen, sag ich jetzt mal. Dann kann man ja mal drüber reden. Und zwar hat uns dann NordVPN angeschrieben, ob wir nicht Werbung für die machen würden. Und ich habe da irgendwie sowieso keinen so richtigen Zugang zu dieser vorgespielten Werbung. Also, dass wir euch praktisch erklären, was ihr jetzt abschließen müsst, weil es besonders cool ist. Aber wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal. Und eine Voraussetzung war zum Beispiel, dass diese Werbung nur über uns läuft. Also, wir haben zu denen relativ früh gesagt, also, wenn ihr noch andere Podcasts angeschrieben habt, völlig okay. Aber wir geben praktisch unsere Werbefreiheit, die wir ja sonst haben, also, dass wir eben keine Werbung direkt schalten, die geben wir nicht auf, wenn jetzt in jedem zweiten Podcast dann auch noch so eine Werbung davor geschalten wird. Und ich weiß nicht, Sebastian, du hast... Weil man kennt es zum Beispiel von Athletic Green oder damals Kasper Matratzen. In jedem Podcast kommt dann diese Werbung. Und jeder weiß, okay, die Leute haben halt die Deals im E-Mail-Postfach gehabt. Und jeder ist irgendwie darauf angesprungen. Und das ist natürlich nicht das, was man haben möchte, wenn man vorher werbefrei war. Das ist es. Und du hast ja den ganzen Schriftverkehr abgewickelt für uns. Und ich habe das ja dann bei uns im E-Mail-Ordner gesehen. Du hast, glaube ich, acht, neun Mails mit denen hin und her geschrieben. Und dann ist es halt trotzdem wieder so, dass NordVPN dann auch mit anderen VfB-Podcasts ihre Deals gemacht hat. Was ja auch wirklich völlig okay ist, wenn das andere auch bekommen haben und auch machen. Also, herzlichen Glückwunsch dazu. Aber wir hatten halt gesagt, wir machen das. Aber nur, wenn wir die Einzigen sind. Weil wenn wir halt vorher jetzt so lange werbefrei waren, dann machen wir jetzt halt nicht das erste Mal Werbung. Und die erscheint auch überall anders. Und ja, da bin ich dann ganz froh, dass wir dann nicht gesendet haben und diese Werbung dann nicht ausgestrahlt haben. Ja, also da habe ich auch nichts dagegen gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. So 100 Prozent war ich nie überzeugt. Aber ich wollte es auch deshalb mal probieren, weil ich wissen wollte, ob es theoretisch möglich wäre. Dass man einfach tatsächlich ein bisschen Geld bekommen kann, sodass man sich vielleicht wirklich so ein oder zwei Tage in der Woche freischaufeln könnte und dann sich wirklich mehr auf den Podcast fokussieren könnte. Weil das muss man halt mal sagen, das kann ich auch offen raus erzählen. Also mein Hauptjob, das sind halt sechs Tage die Woche, dazu dann von Montag bis Freitag wirklich so zehn Stunden am Tag und am Samstag dann auch nochmal so, je nachdem was anfällt, fünf bis sieben. Die habe ich halt einfach dann mal noch nebenbei, neben dem Podcast abgerissen. Und ich merkte jetzt auch in den letzten Wochen, dass auch die Arbeit immer mehr unter dem Podcast leidet. Ich hoffe, keiner von meinem Arbeitgeber hört hier gerade diese Folge, nicht, dass ich da noch nachträglich Ärger bekomme. Und das geht natürlich nicht. Also wenn ich dann wirklich anfange, meine Arbeitszeiten so, ich sag mal, geschickt zu legen, dass es irgendwie mit dem Podcast einhergeht. Und dass ich manche Dinge vielleicht nicht hundertprozentig so erledige, wie ich sie erledigen sollte, nur damit ich dann eben noch was für einen Podcast machen kann, das ist schwierig. Und eigentlich genau das ist ja auch im persönlichen Umfeld passiert. Also bei den Freunden ist es halt so, dass man alles irgendwie noch so, ja, halbherzig einfach ableistet, weil eigentlich sich immer alles um diesen Podcast dreht. Aber das habe ich jetzt schon mehrfach, glaube ich, ausgeführt. Muss ich, glaube ich, nicht nochmal darauf zu sprechen kommen, dass dieser Podcast einfach in der Vorbereitung enorm viel Zeit gekostet hat. Und mich ärgert das. Also wir haben es schon mal gesagt, Sebastian, wenn wir 25 gewesen wären, hätten wir es versucht, uns mit diesem Ding wirklich selbstständig zu machen und einfach mal die Welle zu reiten und zu gucken, wo es uns hinführt. Weil ich glaube, dass da Potenzial da gewesen wäre. Also zum einen, was wir so noch hätten machen können an Sendungen und Formaten. Und auf der anderen Seite merken wir ja auch, dass das schon gut ankommt, wenn Leute sich leidenschaftlich mit dem VfB auseinandersetzen. Und dann sind auch die Leute bereit, das Ganze zu supporten. Ja, absolut. Und wir können es auch wirklich nur bedanken für unsere wirklich sehr, sehr treuen Hörerinnen und Hörer und Zuschauer und Zuschauerinnen. Das war wirklich großartig. Wir haben auch gemerkt, die Entscheidung, die wir dann getroffen haben, das ganze Ding mal auf YouTube zu bringen, die hat sich halt komplett gelohnt. Wir hatten wirklich mit jeder Ausgabe eigentlich steigende Zuschauerzahlen. Und das ist, glaube ich, ein Konzept, wenn man die Zeit wirklich dafür hat, dann ist es ein gutes Konzept. Und wir haben halt viel investiert, haben auch sehr, sehr viel zurückbekommen. Und auch tatsächlich die Werbeeinnahmen von YouTube, die waren für ein Hobby wirklich sehr, sehr üppig. Kann man ja auch sagen. Aber es reicht halt nicht, um zu sagen, okay, dann müssen wir halt einen Tag in der Woche weniger arbeiten und können die dann halt in STR investieren. Insofern war das mal, fand ich auch total interessant zu sehen, was passiert, wenn man halt so einen Blog oder einen Podcast dann auf YouTube bringt, das sogar live macht. Man hat unfassbar viele Reaktionen im Livestream, im Chat, auch per Mail. Man kriegt Werbe- oder Sponsorenanfragen und so weiter. Also, ja, wenn ihr 20 Jahre jünger seid als wir und ihr habt Lust und Zeit, versucht es einfach mal. Ich glaube, da ist wirklich noch, nicht nur beim VfB, sondern bei vielen Themen, noch wirklich Potenzial da, um da was zu machen. Ja, und für alle, die jetzt denken, oh, das ist aber ein fürchterliches Gestammel heute. Das liegt, also insbesondere von mir, das liegt halt tatsächlich daran, dass ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht habe im Vorfeld, was ich erzähle. Aber eins habe ich mir tatsächlich im Vorfeld überlegt, was ich definitiv anbringen möchte. Und das ist das Thema VfB Stuttgart und, ja, ich sag mal, Reaktion direkt aus dem Vereinsheim. Also, wir können euch versprechen, der VfB hat mit dieser Entscheidung rein gar nichts zu tun. Mir ist es wirklich wichtig, das nochmal zu sagen. Wir haben das, als wir vor zwei Jahren mal eine Pause eingelegt haben, auch dazu gesagt. Trotzdem wurden dann irgendwelche Mythen kreiert, dass der VfB und insbesondere Thomas Hitzesberger diesen Podcast mehr oder weniger verboten hätte. Das war damals nicht der Fall, ist auch jetzt definitiv überhaupt nicht der Fall. Es ist wirklich reiner Zufall, dass diese chaotische Lage, in die sich der VfB aktuell befindet, jetzt auch noch in dieses Podcast-Ende mit reinfällt. Aber es wäre genauso passiert, wenn der VfB Stuttgart, weiß ich nicht, auf der Tabellenplatz 9 liegen würde und eine ruhige Kugel schieben würde. Also, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das jeder einmal gehört hat. Der VfB Stuttgart, kein Offizieller, kein Irgendwer hat uns genötigt, irgendwie diesen Podcast zu ändern oder ganz einzustellen oder sonst irgendwas. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir haben das Glück gehabt, dass wir wirklich einen guten Draht in den letzten Monaten fast in alle Bereiche des VfB Stuttgarts aufbauen konnten. Und ich kann euch eins versprechen. Also, wenn ich die Diskussion zuletzt auf Twitter verfolgt habe, habe ich das Gefühl, dass die Fanbasis, dass es da deutlich tiefere Gräben gibt als beim VfB Stuttgart selbst. Also, das, was ich so mitgenommen habe in den letzten Wochen, Monaten, ist, dass alle extrem bemüht sind, den VfB voranzubringen und auch auf gesunde Beine zu stellen. Das habe ich so eigentlich noch nie erlebt wie jetzt aktuell. Ja, dass es da natürlich dann auch mal Themenfelder gibt, wo man aneinander gerät, ist, glaube ich, normal. Hält, würde ich jetzt mal sagen, auch jeder gute Verein aus, dass man unterschiedliche Meinungen hat und die diskutiert. Aber ich würde mir halt wünschen, dass wir als Fans das auch aushalten können, dass vielleicht ein Alexander Werle mal der Meinung ist, er müsste Dinge so und so machen. Und ein Sven Wissenthal der Meinung ist, er müsste Spieler XY verpflichten, statt, weiß ich nicht, irgendeinen, den ihr jetzt für geeignet haltet. Ich glaube, das halten wir als Fans aus. Und ich glaube, es ist auch wichtig für den VfB Stuttgart, dass wir da uns, also einfach nicht an uns selbst abarbeiten, ja, sondern immer noch den VfB. Das ist das Verbindende sozusagen im Kopf behalten und uns überlegen, wie wir den Verein allgemein am besten unterstützen können. Also wir Fans natürlich, indem wir ins Stadion gehen, die Jungs anfeuern und die Angestellten beziehungsweise die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die können das natürlich dann in ihren jeweiligen Aufgabengebieten irgendwie machen. Das fällt mir jetzt echt doch ein bisschen schwer, darüber zu reden, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja, nee, mir ist es halt einfach wichtig. Die Jungs und auch Mädels, muss man an der Stelle sagen, Grüße an Lisa, sind fantastisch und die haben uns immer unterstützt, haben uns immer versucht, irgendwie zu helfen. Wenn wir Nachfragen hatten, haben wir auch meistens eine Antwort gekriegt auf die gestellten Nachfragen. Da hat sich eine Menge getan und das neben den Hörer und Hörerinnen, die mir fehlen werden, muss ich auch ganz ehrlich sagen, fällt mir das extrem schwer, das zu hinterlassen, weil ich weiß, dass das echt was Besonderes ist, echt ein Privileg war, mit diesen Menschen einfach regelmäßig Kontakt halten zu können. Und über Dinge zu sprechen, die jetzt einfach nicht jedem zugänglich sind oder möglich sind, anzusprechen, das fand ich halt einfach wahnsinnig brutal, wie sich der VfB da den Fans geöffnet hat und auch so einem läppischen Podcast wie unserem. Also das ist echt was Besonderes gewesen, muss man ganz ehrlich sagen jetzt zum Schluss. Genau, das darf man nicht vergessen, was wirklich seit 2019 beim VfB passiert ist, weil unter Wolfgang Dietrich gab es diese Kultur noch gar nicht und auch wenn es jetzt halt sowohl sportlich wie auch im Klub und im Verein etwas knistert und knatscht und das alles nicht so gut aussieht, hat sich da wirklich einiges getan, was die Kommunikation angeht. Und das darf man dann auch mal einfach würdigen, auch wenn es halt wirklich gerade sportlich nicht gut aussieht und auch zwischen Sportdirektor und Vorstandsvorsitzender irgendwie Misstöne gibt, aber trotzdem ist es halt alles viel besser geworden und die Dietrich-Zeit ist halt noch nicht so lange her, das sind halt drei Jahre und das sollte man vielleicht auch mal einfach dann im Auge behalten, dass da wirklich viel passiert ist. So sieht es aus. Das letzte von mir heute, weil echt, ich brauche dann tatsächlich erstmal glaube ich eine Auszeit. Ich habe auch meinen Twitter-Account deaktiviert beziehungsweise gelöscht. Das hat ehrlich gesagt jetzt nicht so viel mit STR zu tun, sondern ich habe es vorhin schon mal anklingen lassen, das ist allgemein so die Diskussionskultur, die inzwischen auf Twitter vorherrscht. Das gibt mir rein gar nichts mehr. Ich finde die Tonalität völlig daneben. Also da fällt mir überhaupt nichts mehr ein. Ich möchte gar nicht ins Detail drauf eingehen. Also es ist einfach nichts mehr für mich. Ich lasse es einfach so stehen. Man muss es jetzt hier glaube ich jetzt nicht noch ausführen. Ich glaube die meisten wissen, was ich meine. Es ist für mich einfach eine Plattform, die komplettes Niveau verloren hat und leider Gottes ist es nicht mehr mein Happy Place, der es früher mal war, weil Twitter war für mich wirklich was ganz Besonderes. Ich dachte, die sind ja alle so verrückt wie ich oder haben dieselbe Meise wie ich und inzwischen habe ich das Gefühl, dass die ganzen Leute oder einige davon zumindest komplett überdrehen in ihrem Wahn und das führt dazu, dass es einfach kein Happy Place mehr ist. Ich lasse es jetzt einfach so stehen. Gut Sebastian, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Ich werde mir wahrscheinlich jetzt wieder ewig lang Gedanken drüber machen, ob ich alles gesagt habe, was ich sagen wollte oder ob ich zu viel gesagt habe oder wie ich es gesagt habe. Ich kann nur abschließend sagen, ich bin unfassbar dankbar dafür, was du mir gegeben hast an Zeit, an Aufwand, um diesen Podcast besser zu machen. Ohne dich wäre der im Ansatz nicht so geworden, wie er jetzt einfach ist. Also da geht es jetzt nicht nur darum, dass du einfach da warst, sondern einfach wie du Input geleistet hast, mit deiner ruhigen Art dann auch immer wieder Themen nüchtern betrachtet hast und mir da enorm viel mitgegeben hast, weil ich dann halt einfach auch mal durch die Nase atmen konnte und tatsächlich dann für mich erkennen musste, okay, der Sebastian hat auch nicht so Unrecht mit dem, was er sagt. Das war einfach ein Gewinn für mich und am Ende auch für die Hörer. Da bin ich gleich bei den Nächsten, die ich ins Herz geschlossen habe und zwar alle, die hier zugehört haben. Es war einfach fantastisch, wie viele Menschen wir erreichen konnten mit diesem Podcast. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns dann auch unterstützt habt, sei es mit Likes, Retweets oder eben auch finanziell. Das wäre das vielleicht auch noch ganz kurz als Information. Solltet ihr auf Patreon-Unterstützerin oder Unterstützer sein, bitte stellt diese Unterstützung ein, denn der Podcast ist nicht mehr auf Unterstützungen angewiesen, wenn man das so sagen kann. Gleiches gilt natürlich auch für die Leute, die Daueraufträge eingerichtet haben. Es ist mir unheimlich unangenehm für alle, die natürlich jetzt irgendwie schon was überwiesen haben und jetzt hören die auf einmal mit diesem Podcast auf. Es tut mir leid, auch deswegen habe ich mich hier einfach die letzten Wochen durchgequält und versucht, es irgendwie noch hinzubekommen, aber es geht leider nicht mehr. Habe ich noch jemanden vergessen? Alle Gäste möchte ich nochmal erwähnen. Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr euch Zeit genommen habt für diesen Podcast. Auch wirklich einen ganz großen Dank nochmal an alle, die nach dieser Dieter-Ausgabe, die ja für Möchte für Wirbel gesorgt hat, hier weiter zugehört haben und sich gedacht haben, okay, Fehler machen die Menschen halt mal, aber wir geben dem Ricky in dem Fall nochmal eine zweite Chance. Vielen, vielen Dank. Ich bin euch dafür unendlich dankbar. Es gibt so viele Leute, die das nicht getan haben. Auch Leute, die ich eigentlich sehr schätze, die mir das bis heute nicht verziehen haben und es dir ja nie erwähnen, egal zu welchem Anlass, wird das komplett einfach ignoriert, egal was wir machen. Ist okay, kann nicht mit leben. Ich fand es nur trotzdem schade, dass man das nicht irgendwann mal sein lassen kann. So ist es halt. Ja, und das war es dann, glaube ich, von mir an dieser Stelle. Sebastian. Genau, und ich würde dann auf jeden Fall noch erstmal natürlich an dich vielen, vielen Dank aussprechen. Also erstmal für das Kompliment an mich und natürlich für die tolle Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Also war wirklich großartig, hat mich und mein Leben bereichert, auch wenn es dann manchmal am Dienstagabend sehr spät wurde. Aber das war es wirklich immer wert. Und dann können wir uns natürlich auch noch bedanken, einmal beim Juli, der ja quasi der dritte Mann bei STR ist und ohne den wir es nie zu YouTube geschafft hätten, weil er hat uns mit seinem technischen Know-how und in der Mislintalk-Ausgabe dann auch mit technischem Equipment so unterstützt, dass wir es dann sogar hinbekommen haben, zu zweit hin und wieder zumindest einen stabilen Stream hinzubekommen. Also Juli, wir haben dich natürlich vorab informiert, du erfährst es jetzt nicht hier aus der Folge. Vielen, vielen Dank für deinen Support, vor allem beim Fanradio und auch darüber hinaus. Und natürlich beim Fanprojekt Stuttgart, bei Can, bei Jörg, bei Katrin müssen wir uns bedanken, dass sie uns wirklich so super, super großzügig ihre Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt haben, dass wir da quasi machen konnten, was wir wollten, dass sie uns dann sogar angeboten haben, ihr Programm zu verschieben, wenn wir irgendwie aufnehmen wollten. Also das war unfassbar großartig. Und keine Sorge, wir kommen dann demnächst noch mal vorbei und räumen unseren Krempel da hinten raus und geben euch den Schlüssel zurück. Okay, das war's jetzt. Ja, was soll ich noch sagen, Sebastian? Danke für deine Zeit und bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.